Ja, wie bestreite ich die Viva Voce Pause? Also die letzten fünf Wochen ohne Viva Voce haben mich natürlich vor neue Ziele und neue Herausforderungen gestellt. Erstmal habe ich ein, zwei Wochen zum Durchatmen gebraucht und dann habe ich im Prinzip drei Themenbereiche. Einmal habe ich ein bisschen mehr Zeit für die Familie als sonst, was auch sehr schön ist, meine Kinder freuen sich drüber. Aber zum anderen bin ich der musikalische Ansprechpartner für Andi. Wir versuchen ja die Pause auch zu nutzen, um uns alle ein bis zwei Wochen für ein bis zwei Tage zum Proben zu treffen. Und diese Probentage bereite ich mit Andi zusammen vor. Also wir überlegen uns, welche Songs Andi arrangiert sie dann meistens. Genau, also die Show im Blick sozusagen. Und der dritte Bereich ist, da werde ich im Mai noch mehr dazu sagen. Ich arbeite gerade an meiner neuen Homepage als Moderator, Sänger und Sprecher. Da werde ich dann noch mal mehr dazu sagen. Auch eine spannende Aufgabe.